Let's play 3 Werner Wo ist das Adventsgeschenk? Vor allem fange ich mal morgen an, nach Wunsch eines Zuschauers einfach mal mein Haus ein bisschen weihnachtlich zu dekorieren. Ich glaube, das kann nicht schaden und mache ich dann in dieser Folge wo ist das Adventsgeschenk. Also wird eine bisschen längere Folge, ich zeige euch kurz wo es ist. Das ist hier, Adventsgeschenk, klicken wir drauf. Schön fünf Silberstücke, das kann man in einem Klamm-Haushalt immer gebrauchen. So, jetzt wisst ihr wo es ist. Bis morgen, wünsche euch einen schönen Tag. Genießt ihr den 3. Dezember und morgen am 4. Dezember gibt es das nächste Geschenk. Bis dahin, ciao ciao, Tschüssi Sikowski, euer Nerdplay.